Hulda Stechbart war ja auch mal an dieser Schule, aber natürlich zu einer ganz, ganz anderen Zeit, bis sie dann geschrumpft wurde und auch verstorben ist. Und nun wird sie durch einen Zufall im Grunde zum Leben erweckt und versucht, den Otto Leonhard von seinem Thron zu stürzen und möchte der neue Schulgeist werden, beziehungsweise sie will auch mich eigentlich weghaben. Sie möchte überhaupt diese ganze Schule beherrschen. Und zunächst mal versucht sie mich aber zu linken und mich auf ihre Seite zu ziehen, aber Schmitty durchschaut diesen perfiden Plan und deshalb werden sie zu erbitterten Feinden und Kämpfen gegeneinander. Deshalb muss ich aber auch wieder an den sauren Apfel beißen und werde geschrumpft, nämlich von ihr.